Hallo Leute und willkommen zurück zur Thief Challenge. Der liebe Carlo ist immer noch hier, das freut mich. Und ich möchte jetzt erstmal nachschauen, wo die Luna... Was? Wofür 50? Achso, sie malt. Ja, ist in Ordnung. Wo ist denn überhaupt die Luna hin? Die ist hier in der letzten Folge irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Sitzt da am PC. Okay, es ist Viertel nach zwei. Das heißt, die Kinder kommen gleich aus der Schule. Ich hoffe, diesmal kommen sie auch wirklich. Nicht, dass das wieder so ein bisschen buggy ist. So, Carlo, mein lieber. Tag verschönern. Wie wär's? Ist doch immer nett. Über Interessen reden, über Fitnesstechniken. Und was malst du das Schönes? Achso, eine nette kleine Blume. Ja, ist okay. Dann mach das mal. Ich würde heute super gerne, je nachdem, wie es Max gleich geht, mit Max ins Fitnessstudio gehen. Eventuell mit Zoe und Olivia. Den beiden Mädels geht es so weit gut. Maika hat wenig Spaß, das ist schade. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Oh, coole Musik, ne? Über ein Modescherz. Ja, mach das einfach mal. Zuspruch geben. Ich weiß ja nicht. Hüftstoß. Ja, bitte. Bitte ein Hüftstoß mit Carlo Creep. Oh, sie lacht sich da auch gerade kaputt. Was zur Hölle. Komm, wir brechen das Quatsch mal ab. Ich möchte einen Hüftstoß sehen. Total energiegeladen. Wo geht ihr hin? Meine lieben Herren, wo geht ihr hin? Ich wollte einen Hüftstoß sehen. Hüftstoß. Bitte, macht es doch. Max hat schon wieder in der Schule was mitgehen lassen. Oh, sie möchte, oh, sie möchte Camilla Creep mitbringen. Ja, bitte. Kannst du gerne machen? Er möchte Olivia mitbringen. Ja, cool. Macht das. Macht es von mir aus. Sie sind auch... Ihr seid irgendwie doof, ne? Gute Noten. Maika hat hart gearbeitet. Marie ist heute fertig mit der Schule. Yay. Hüftstoß. So, dann schauen wir erstmal. Da kommt die Camilla Creep. Oh je. Oh je, oh je. Und wo ist jetzt die Olivia, die du... Ach, da ist sie, die du mitbringen wolltest. Du willst jetzt erstmal was futtern. Okay, ich hoffe, die Olivia kommt dann auch rein. Ich würde aber, wie gesagt, echt gerne ein bisschen ins Fitnessstudio gehen. Hm. Du bist da jetzt immer noch mit dem Malen beschäftigt. Die beiden quatschen da. Marie, was machst du? Du möchtest direkt Fernsehen. Weißt du was? Ich bin dafür, dass du direkt mal deine Hausaufgaben machst, wenn du jetzt gerade keine anderen Bedürfnisse hast. Was machst du? Sims Forever spielen. Pass auf, meine Liebe. Auch du machst erstmal deine Hausaufgaben. Und Olivia ist jetzt natürlich nach oben gegangen. Ja, fantastisch. Sitzt er jetzt hier erstmal alleine rum und futtert. Aber das ist okay, soweit. Du bist immer noch mit Carlo zugange. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Okay, und Carlo haut auch ab. Pass auf, dann machen wir es so. Es wird nicht mehr ganz so lange dauern. Dann ist es soweit. Obst in den Auspuff? Nein, verbessern können wir nichts. Okay, Weltall erkunden. Wie immer. Und du bist da jetzt am Essen. Die Luna ist noch da. Ach süß, die beiden Mädels haben sich hier hingesetzt. Das ist schön. Und du bist fertig. Hast du jetzt aufgegessen? Jo, es sieht gut aus. Pass mal auf. Dann würde ich sagen, die Olivia ist jetzt oben. Dann macht da gerade irgendwas. Vermutlich. Wo ist sie? Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Fitnessstudio. Und ich glaube, ich nehme beide Mädels mit. In welches gehen wir? Hier war ich ewig nicht mehr, Leute. Ich war ewig nicht mehr in diesem Fitnessstudio. Ich muss sagen, dass in Windenburg, das ist dieses komische, ne? Wo die immer so blöde, die Treppe runtergehen. Wo ist denn das nochmal? Das hier. Ja, das ist total blöd. Nee, da möchte ich eigentlich ungern hin. Das sind Oasis Springs. Das ist das, wo der Tod immer rumhängt. Und hier war ich wirklich seit, oh Gott, seit Ewigkeiten nicht mehr. Deshalb würde ich sagen, gehen wir da hin. Haben wir die beiden zufällig bei Liebe drin? Nein. So, wo sind sie denn? Jetzt erst mal schauen. Da ist die Olivia. Und da ist die Zoe. Oh, mit Zoe sieht es ein bisschen besser aus. So. Ach ja. Ach ja. Das hier ist das Fitnessstudio. Dieses total langweilige. Stimmt. Okay, aber wir trainieren trotzdem hier. Einfach, weil ich ewig nicht da war. Ich werde aber Garten pflegen, aufräumen, hier hinbringen, Neidenfähigkeiten aufbauen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Es war jetzt ein bisschen sinnlos, dass ich ihn dann in den Weltraum geschickt habe. Hallo Mädels. Ich werde jetzt über Probleme beschweren, Ärgerluft machen, Tag verschönern. Wir sind erst mal ganz nett zu beiden. Tag verschönern. Oh, sie macht ja erst mal ein Selfie. So nach dem Motto, hey, jetzt gehe ich zum Sport. Oh, sie fängt direkt an zu trainieren. Das ist schön. Ich wollte jetzt nur die beiden kurz anquatschen, dass wir dann auch wirklich zusammen da reingehen. Ich habe nämlich wieder so die Befürchtung, dass die Mädels dann draußen stehen bleiben. So, dann zeig doch mal der Olivia deinen Respekt. Da hinten ist ja die Honey. Also, wenn einer in der Nähe von Fitnessstudios ist, dann die Honey oder die Kitty. Manchmal auch ich, was ich sehr merkwürdig finde. So, wo haben wir denn mal hier? Haben wir doch ein bisschen was frei. Könnten wir doch mal trainieren. Zusammentraining. Ja, könnten wir auch machen. Damit die Mädels auch wirklich mal trainieren. Ja, ja, ihr quatscht da lieber, ne? Ah, jetzt gehen sie rein. Ja, schön. Das gefällt mir. Dann erfüllen wir zumindest hier unser Bestreben mal so ein bisschen. Oh, wie geil, ey. Er sitzt da irgendwie wie, keine Ahnung, die König und die beiden Mädels trainieren da unter ihm. Ach, geil. Ach, cool. So, Zoe ist schon fertig. Olivia hält noch ein bisschen länger durch. Was machst du jetzt? Ach so, du gehst da hin. Und du trainierst total hart. Uh, das hört sich gut an. Level 4 der Fitnessfähigkeit erreichen. Eine Stunde an die Grenzen gehen, wenn Energie geladen. Okay, ich denke, das werden wir heute vielleicht nicht unbedingt hinbekommen. Da hinten trainiert jetzt die Kitty. Ja, Zoe, du machst das auch zum ersten Mal, so wie es aussieht, ne? So wie es aussieht, machst du das zum ersten Mal. Es hörte sich gerade ein bisschen so an, als wäre der Tod hier in der Nähe. Aber ich glaube nicht, oder? Nein, ich glaube, der hängt tatsächlich immer nur in... Nein, er ist hier. Ach, wie geil. Sag mal, ganz ehrlich, warum hängt der Tod immer im Fitnessstudio ab? Ich sehe den nirgendwo so häufig wie im Fitnessstudio. Das ist unglaublich. Echt krass. Oh, Rachel, hallo. Können wir uns bei dir mal vorstellen? Rachel zu denen einladen? Boah, warum nicht, ne? Kann man mal machen. Ach so, dann fängt sie sofort an sich zu dehnen. Na, es macht ihm schon Spaß, aber irgendwie nur ein bisschen, ne? Und wer bist du? Du stehst hier nur rum. Ach, du bist Willi Heck, der Fitnesstrainer. Ach so, ja, natürlich. Aber er kann währenddessen nicht quatschen, kann es sein? Zu Ausdauerlauf einladen. Ja, dann macht die das. Dann macht die das ja einfach nur. Das ist ja doof. Rachel, wollen wir uns denn mal freundlich vorstellen? Können wir doch auch mal tun. Und die Olivia ist jetzt hier ganz hart am trainieren. Schläge üben, an die Grenzen gehen. Ja, das könnten wir hier machen, aber du bist ja gerade sowieso nicht energiegeladen. Na, sieh mal einer an, wer hier wieder rumsteht. Die Frau Tasmani im Fitnessstudio. Es ist unglaublich. Wirklich. Wer quatscht sie da jetzt total voll? Ach, schaut mal, der Luca da hinten. Und die Lara Croft kommt natürlich auch hier vorbei. Immer wieder schön. Kann es sein, dass die Rachel sich nicht so wirklich für uns interessiert? Doch, jetzt quatscht sie ein bisschen. Die rote Rainbow ist auch dort. Wer bist du? Dich kennen wir gar nicht. Ach, du bist eine Fitnesstrainerin. Elena Breuer. Okay. So, pass mal auf, jetzt trinier mal ein bisschen. Gut, Rachel ist da schon energiegeladen. Olivia ist da soweit fertig. Sie steht da jetzt ganz verlassen rum. Aber ich finde sie so hübsch, ne? Aber ich finde auch Zoe total hübsch. Wo ist sie denn jetzt eigentlich? Zoe, wo bist du hingegangen? Ich hoffe, du trainierst hier eifrig. Bist du oben? Ach ja, da stehst du rum. Warst gerade duschen. So, wer kam da jetzt die Treppe runter? Ist das nicht... Moment, ist das nicht einer von euren Männern? Das ist der Lars. Ah, cool. So, die graue Rainbow ist auch hier. Ach, schön. Jetzt trainieren die beiden da so einigermaßen zusammen. Wobei das bei beiden nicht so wirklich gekonnt aussieht, muss man ja mal sagen, oder? Nicht so wirklich. Und das Fitnessstudio ist echt langweilig. Hier ist nicht mal was an der Wand. Echt schade. Also hier gehen wir nicht mehr hin. Dann doch lieber in Oasis Springs oder so. Kitty ist auch schon mega dreckig. Geht nach oben. Der Tod und Lara. Ach, geil. Hihi. Ah, schön. Ja, redet ihr da auch? Oder was wird das? Der Lars... Das ist doch jetzt der Lars, ne? Hä, warum hat denn der Lars jetzt eine ganz andere Frisur? Ich check das nicht. Glasbecher. Okay. Ach, Julie. Julie kommt auch vorbei. Oh, wie cool. Er feuert die da total an. Gut, also Schläge üben ist jetzt gerade nicht so witzig. Hanni hat sich auch schon umgezogen. Da kommt Hannah. Und ich laufe natürlich auf dem Laufband. Wo ist denn jetzt die Zoe? Ach, die trainiert hier oben. Pass mal auf. Können wir die nicht mal anquatschen? Bitten in die Wolken zu schauen. Geheimnis ausplaudern. Mehr Auswahl. Was können wir denn nochmal machen? Romantik. Ja, ich bin mir ja noch nicht sicher. Einheizen. Was ist einheizen? Ich bin mir ja noch nicht sicher, wen ich lieber als Freundin hätte. Also ich finde beide ganz gut. Ich kann mich da echt nicht entscheiden. Zumindest noch nicht. Olivia trainiert hier jetzt noch ganz fleißig. So, er müsste dann bald mal duschen gehen, ne? Ich möchte aber jetzt erstmal wissen, was einheizen ist. Sie steht da in ihren schicken Klamotten. Okay, ist das einfach nur irgendwie anfeuern oder so zu irgendwas? Zu was auch immer. Ja, fantastisch. Wir Eltern beschweren Tag verschönern. Machen wir einfach mal. Oh, die Schränke gehen mir hier ein bisschen auf die Nerven. Das ist eine doofe Stelle. Wollt ihr euch nicht mal vielleicht... Hier sitzen und plaudern. Macht das doch mal. Und eventuell kommt die Zoe ja gleich auch noch dazu. Wobei ich gerade... Ach, die Olivia, die steht da jetzt so verloren rum. Wobei ich gerade sehe, dass es schon relativ spät ist, ne? Vielleicht sollten wir doch nach Hause gehen. Wir haben jetzt einige Bedürfnisse, die wir hier erfüllen sollten. Ja, er muss auch schon ganz doll. Ne, wisst ihr was? Das war eine blöde Idee, dass wir uns hier nochmal hinsetzen. Es war schön, die beiden mitzunehmen. Ich möchte definitiv mehr mit denen machen. Aber soll ich sie mitnehmen? Wisst ihr was? Ich nehme die beiden mit, aber kümmere mich trotzdem um seine Bedürfnisse. Dann schau mir einfach mal, was passiert. So, ja, wie gesagt, die beiden... Was? Warum schläfst du? Warum? Was? 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 Warum schläfst du? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das müssen wir definitiv abbrechen. Wie weit bist du denn? Ich möchte, dass du hier bis an deine Grenzen den Weltraum erkundest. Oh Leute, wir haben es bald. Wir haben es bald. Weltall erkunden. So, und du, mein Lieber, was ist jetzt das Wichtigste? Ich denke, erst mal zur Toilette gehen. Dann kannst du das mal machen, verwenden. Danach was futtern. Ich hoffe... Oh, da liegen die Hausaufgaben rum. Ich hoffe, es ist noch was da. Öffnen. Was ist denn? Was ist denn noch da? Ach ja, Würstchen und Bohnen. Sehr schön. Die beiden Mädels kommen mit rein. Zumindest... Ja, Zoe kommt auch mit rein. Das ist okay. Was machst du? Oh nein, die Dusche hier ist kaputt. Oh nein, Maya, du kannst die... Ja, du kannst die direkt mal reparieren, oder? Ersetzen. Na komm, wir ersetzen die. Du kannst aber wenigstens hier auffischen. So, Maike ist schon ins Bett gegangen. Schläfst du richtig? Ja, du schläfst richtig. Was ist mit dir? Du spielst da jetzt noch? Gut, das kannst du auch gerne weitermachen. Du wischst jetzt noch die Hände. Was machen die Mädels? Sie geht auf jeden Fall nach oben. Und hier liegen die Hausaufgaben rum. Haben die die Hausaufgaben denn fertig gemacht? Telefon bei wem? Eine mysteriöse Botschaft kommt erst mal. Mark beschließt vorbeizufliegen und nach dem Rechten zu schauen. Ja, mach das bitte. Telefon bei dir. Wer belästigt uns mal wieder? Was ist heute? Ritternacht. Zu Ritternacht wäre ich eigentlich gerne hingegangen, muss ich sagen. Ich habe ja letztens gesagt, Ritternacht würde ich gerne machen, aber... Ach, Ritternacht kommt auch nochmal irgendwann. Ich wollte jetzt nämlich mal gucken, was ist mit den Hausaufgaben hier? Habt ihr die fertig gemacht? Versuchen zu reparieren? Ja, ja, wir versuchen zu reparieren. So, Hausaufgaben machen. Ja, dann mach das doch mal bitte, wenn du die noch nicht fertig hast. Und du setzt dich wohin mit deinen Würstchen und Bohnen? Ach, er setzt sich jetzt... Bitte was? Er setzt sich jetzt... Er setzt sich zu Zoe. Leute, das ist ein Zeichen. So, die Besatzung ist sehr dankbar. Leute, das ist ein Zeichen, dass er sich hier hinsetzt. Um Fußmassage... Massage bitten. Tag verschönern. Das ist doch echt ein... Boah, was? Wie schaufelt sie denn? Was geht denn mit dir ab? So, bitten zu gehen. Komplimente bei Outfit machen. Ja, machen wir einfach mal. Er hätte die Würstchen und Bohnen ja jetzt schließlich auch mitnehmen können. Und zu Olivia gehen können. Die kommt jetzt auch raus. Okay, also wenn sie sich jetzt auch da hinsetzt, dann heißt das für mich, dass sie nicht ganz... Nicht ganz abgeneigt ist. Setzt sie sich hin? Ja, sie setzt sich... Naja, sie kommt zumindest... Kann ich die nicht irgendwie rufen? Bitten, Outfit zeigen, bitten zu gehen. Ich finde es so schade, dass man die Sims nicht einfach mal öfter hierhin... Also zu... Zu sich hin rufen kann. Sie geht da jetzt schwimmen. Ja, okay. Zoe, was machst du? Über Interessen reden? Ach, du dehnst dich da jetzt. So, technische Probleme. Ja, ja, Auskundschaften. Mach das mal bitte. Und du, meine Liebe, was machst du? Trinken. Du musst da jetzt keinen Kaffee trinken. Nee, nee, das muss echt nicht sein. Dann kannst du zur Toilette gehen. Und danach... Bitte, was? Aliens zur Vernunft bringen mit Kanonenbedrohen kommen. Wir bringen das Alien mal zur Vernunft. Danach kannst du dann schlafen gehen. Ach, ich finde das total süß, dass die Marie hier noch umsitzt. Olivia, kommst du jetzt vielleicht noch hier rüber? Das wäre total schön. Nö, sie rennt weg. Okay. Okay, dann renn halt weg. Alien-Angriffe. Okay, nach Hause stottern. Ja gut, mach das. Wie geht's dir? Kriegen wir noch eine Runde hin? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es wäre besser, wenn er... Nein, wir kriegen noch eine Runde hin. Auf jeden Fall kriegen wir die noch hin. Muss einfach sein. Also die beiden scheinen sich mega gut zu verstehen, muss ich sagen, ne? Lustige Geschichte erzählen. Das scheint echt gut zu laufen mit den beiden. So, du bist von deiner Erkundung zurückgekehrt. Gehst aber direkt wieder los, denn... Es wird nicht mehr lange dauern. Du bist selbst sicher. Das ist schön und gut. Pass mal auf, ich bin dafür, dass du den Teller mal bitte wegräumst. Dann nimmst du den nämlich direkt mit rein und dann können wir schlafen gehen. Sollte ich es nochmal mit ein bisschen Flirterei versuchen? Oh Leute! Oh Leute! Wir haben Level 10. Wie geil ist das? Ich wollte jetzt... Zoe, stopp mal bitte. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen mit dir flirten. Romantik. Schlüpfrige Frage. Knuddeln. Mh, gestehen verknallt zu sein... Obwohl, nein. Gestehen verknallt zu sein ist vielleicht schon eine Nummer zu krass. Mh, schlüpfrige Frage. Nee, Komplimente bei Aussehen machen. Machen wir erstmal das. Funkalarm. Jaja, dann funk mal bitte, mein Lieber. Du bringst den Teller weg. Das ist schön. Und wie gesagt, Maike schläft ja auch noch. Wie spät ist es eigentlich? Es ist erst halb elf. Wow. Dann wird Maike gleich irgendwann wach und ist dann wahrscheinlich wieder total müde, wenn sie zur Schule gehen sollen. Es ist die Aufgabe vom Mark, den Riss zu kitten. Mit wem soll er zuerst sprechen? Mit der Mondkolonie oder mit der Planetenregierung? Sprich mal mit der Regierung. Kann ja nicht so schlecht sein, wenn du da schon mal die Möglichkeit hast. Du hast jetzt deine Hausaufgaben gemacht. Ne? Das ist schön. Willst dir jetzt... Nee, nee, nee. Pass auf. Weiter auffreuen brauchst du nicht. Du kannst... Oh, Olivia ist sogar noch da. Du kannst mal eben ganz schnell hier zur Toilette gehen, wie ein Champion pieseln. Dann schlafen. Oh, er geht nach oben. Kolonisten bedrohen. Versuchen mit ihnen zu reden. Ja, versuch mal bitte mit denen zu reden. Und du gehst jetzt nach oben. Wo ist denn... Ach, er spült das jetzt erst ab. Voll die Verwirrung hier im Haus. Aber gut. Er spült das jetzt ab und geht dann zu Zoe, wo auch immer... Wo auch immer die ist. 82 können wir entbehren. Das geht schon. So, Suppe und Party. Kehre mal bitte nach Hause zurück, mein Lieber. Ein lebloser Altintenfisch. Ach, ich freue mich schon, wenn wir den ganzen Kram hier nochmal aufstellen. Wo ist denn jetzt die Zoe wieder hin? Ah, die beiden... Ach, die beiden stehen da. Wollt ihr nicht mal zusammen irgendwie stehen? Ich finde das total toll. Von Herzen kommt das Kompliment mit ihr. Ach, schön. So, mein Lieber, du bist wieder da. Und hast jetzt Level 10. Das heißt, wir könnten jetzt den Wurmlochgenerator installieren. Das werden wir auch direkt schon mal tun. Und ich bin dann gespannt, wie lange das dauert. Muss er da jetzt noch komplett dran arbeiten? Ja, er muss da komplett dran arbeiten. Okay, mein Lieber, nee, das möchte ich dir jetzt nicht mehr zumuten. Das ist dann schon okay, wenn du jetzt erstmal ins Bett gehst. Dann machen wir damit morgen weiter. Und können hoffentlich in der nächsten oder übernächsten Folge die Alien-Welt erkunden. So, Komplimente über Aussehen machen. Und, äh, tratschen. Machen wir einfach mal. Wir gehen jetzt mal ganz langsam ran. Probieren es zumindest. Ach, schön. Ich kann mich wirklich nicht für eine der beiden entscheiden, muss ich sagen. Ich finde beide großartig. Olivia guckt gerade so und sagt nichts. Ach doch, jetzt aber. Okay. Sie fühlt sich unwohl. Oh, warum fühlst du dich unwohl? Gute Freunde. Fröhlich. Viel Fraß. Karriere. Unbekannt. Okay, er will ins Bett. Er will ins Bett. Hat wenig Spaß. Oh Mann, oh Mann. Gut, mein Lieber, dann geh nach oben. Dann kannst du tatsächlich schla... Hallo? Wolltest du nicht schlafen? Dann schicke ich dich ins Bett. Dann, nee, kann ich ihn machen. Monster unterm Bett einsprühen? Was? Nein. Dann kannst du jetzt echt schlafen gehen. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Okay. So, der gesamte Haushalt pennt. Ich denke, Maike ist vermutlich die Erste, die dann wach wird. Oder wie sieht es bei Maya aus? Nee, Maike ist die Erste. Und dann haben wir jetzt gleich vielleicht ein bisschen Zeit mit ihr doch die Hausaufgaben zu machen, dass sie das auch hinbekommt. Auch wenn ich die ganze Zeit irgendwie komplett vergesse, mit Max mal die Hausaufgaben zu machen, ne? Aber ist ja egal. So, schau mal hier. Hausaufgaben machen. Da steht noch ein Eintopf rum. Würstchen und Bohnen Eintopf. Der kommt mal in den Kühlschrank. So, Maike. Die Einzige, die wach ist. Ach, schön. Ach, wir müssen die Bilder von Maya noch hier aufhängen, ne? Was hat sie denn eigentlich noch gemalt? Wir können ja nochmal schauen. Das war, okay, das war dieses komische Häschen wieder. Das brauchen wir nicht unbedingt. Was haben wir denn noch? Ach ja, das hier. Stimmt. Wollen wir das mal einfach, einfach da so. Also in der nächsten Baufolge, wenn dann der Keller dazu kommt, dann wird hier auch wieder ein bisschen umdekoriert. Sag mal, was machst du? Wo gehst du jetzt hin mit den Hausaufgaben? Hausaufgaben. Belästigst du jetzt deine Schwester hier im Zimmer? Oh Gott, hier steht ein süffiges Glas rum. Ich packe das mal kurz. Oder kann ich das auch hier in den Papierkorb? Das funktioniert? Ach, cool. Sie setzt sich jetzt da hin, oder was? Ist das süß. Als würde sie ihr vorlesen, ne? Schade nur, dass Marie hier schnarcht. Ach, toll. Finde ich aber witzig, dass sie sich einfach mal hier so hinsetzt. Das ist ganz schön. So, Maya, müsstest du da nicht auch mal langsam aufstehen? Ja, ne? Müsstest du? Als Süße, unser Gummifisch Marius. So, Madame, dann würde ich sagen, kannst du, ist denn überhaupt noch was zu essen da? Ach ja, klar, ich habe ja gerade den Eintopf reingestellt. Öffnen, der müsste ja zumindest noch da sein. Der ist noch da und davon sind noch fünf übrig. Okay, dann kannst du danach Würstchen und Bohnen essen. Wir haben jetzt in dieser Folge gar nichts mehr geklaut, ne? Aber ist auch nicht so schlimm, denke ich mal. Dafür haben wir, oh Gott, schaut mal, wie viel Kram wir hier haben. Ach, geil. Ach, schön, schön. Ja gut, da muss ich dann echt hier alles vernünftig. Kann ich das wenigstens oben hinstellen? Ne, das geht auch nicht. Oh, das ist voll toll. Was ist das? Unbekanntes Fruchtobjekt. Ach, geil. Oh, schön. Haben wir noch so was Kleines, was wir da vorne hinstellen können? Wie groß ist das hier? Ne, das ist zu groß. Ich habe jetzt auch keine Lust. Das mache ich immer ungerne während des Spiels. Und vor allem jetzt, wenn ich gleich sowieso die Folge beende. Mit Cheats kann ich das natürlich hinstellen, wo ich will. Aber da habe ich dann in den meisten Fällen, denke ich mir so in der Folge, ja, jetzt eben Cheat eingeben, viel zu viel Arbeit. Obwohl das natürlich totaler Humbug ist. So, meine Liebe, du bist selbst sicher. Zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Ich möchte gerne, dass du inspiriert wirst. Kannst du nicht mal einen Tee oder so trinken? Geht das nicht, dass du dadurch inspiriert wirst? Können die Kinder keinen Tee trinken? Sie möchte Between-TV gucken. Ja, ist auch in Ordnung. Komm, dann geh nach unten, dann passt das schon. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Ich freue mich mega, dass wir jetzt endlich diesen Wurmloch-Generator installieren können. Und dann hoffentlich in der nächsten oder aber übernächsten Folge die Alien-Welt sehen werden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Viel Spaß beim Fernsehschauen, Maike. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!